Hallo und herzlich willkommen zurück bei Brausig-Gemeinsam-Durchgeruselt. The Evil Within, wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Genau, zwei Tage später. Und wissen aber sehr wohl noch, was uns erwartet. Ach nö. Nämlich... Kettensägi. Der blöde Kettensäg-Typ. Aber wir haben ja beim letzten Mal dann zumindest noch die Ruhelosen ausgeschaltet. Ja. Haben wir tatsächlich On-Screen gemacht? Oder Off-Screen? Off-Screen, ne? Die Ruhelosen haben wir noch off-Screen erledigt. Genau, also wir haben jetzt in dem Haus, wo die drei Ruhelosen noch drin waren, die haben wir eben erledigt. Deswegen können wir jetzt hier ganz gemütlich, wie man es in dieser Serie ja immer tut. Genau. Durch die Gegend hüpfen. Dann hüpft doch mal da durch. Ja. Und trotzdem immer noch keinen Plan haben, die wir... Kann ich da erinnern, nein. Ähm, trotzdem noch keinen Plan haben. Die wir Fetty mit dem blöden Kettensäge da erledigen sollen. Also ein Plan war, deswegen gehe ich jetzt mal hier hoch, ihn trotzdem von oben anzugreifen, auch wenn er jetzt automatisch rauskommt. In der Hoffnung, ihm schon mal eine Granate oder so reinwerfen zu können. So, wahrscheinlich endet das daran, dass ich während der Flucht diese Tür nicht finde. Und dann... Okay. Ja, das ist... Also noch... Jetzt ist er gefesselt. Guck mal, jetzt leuchtet es auch so. Ne, ist es nicht. Wie ist das? Ich dachte, die Tür wird gerade so leuchten, dass... So. Guck mal, jetzt wenn man nicht nach unten geht, dann sprengt die Tür nicht auf. Die Leiter haben wir runterkriegt. Naja, hier finden wir zum Aufkriegen. Das wäre natürlich die Frage, kommt der hier hinterher keiner klettern? Er kann klettern. Er kann Leitern hoch und runterklettern. Und er ist ziemlich schnell. Er kann rennen, obwohl er so dick ist. Und wenn er jetzt drei Granaten... Naja, dann... Warte mal, welche Bolzen das ist ein Ausrüst? Die Explosionsbolzen. Okay. So. Ja, S-Strategie ist... Äh... So viel... Wucht wie möglich. In der Hoffnung, dass man ihn jetzt überhaupt schon versetzen kann. Nein, du wolltest ihn auch. Ähm... Ähm... Er schnappt sich gerade die Kettensegel. Wir waren gerade... Batsch! Er schneidet nicht mehr und das Ding fliegt weg. Na? Wo bleibst du, Digga? Wo bleibst du? Da ist er! Latsch! Ich muss den Kerl schnell erledigen. So, jetzt versuchen wir... Mal... Ein... Ah, das ist... Ach, scheiße, da ist noch nicht runter! Äh... Da rein! Jetzt! Da! Ein... Rein! Ach, wenn es da... Scheiße, ein bisschen Raum! Und ein... Äh... Und das Bett! Klappt das? Ich... So... Hallo Kackalack! Jetzt erst mal die Frage, ob das Fenster überhaupt klettern kann? Weil er ist ja ziemlich fett! Da hat er gleich die Tür ein! Oder? Die Musik übertönt gerade leider ein bisschen Seidegeräusche. Man hört ihn rum... Man hört ihn rum... ...brügeln! Mann, das ist doch echt... ...fach verladen! Okay... Okay... Meine Hoffnung war, dass ich sehe, wo er lang geht und... Äh... Ich glaube, er ist nicht hier drin, oder? Ich höre nichts! Hallo? Sind sie gerade nur festgepackt, oder was los? Jetzt kann er die Treppe hoch ran! Was ist denn der? Ach! Ach! Jetzt haben... Das wird doch schnell aus! Dann war er einfach unbesiegbar! Dann war er wirklich unbesiegbar! Huch! Was ist das? Ähm... Okay, dann haben wir anscheinend jetzt alles geschafft! Also, wichtige Objekte, das heißt, die haben wir dann einfach... Ja, ja... Die können wir denn benutzen, um da mal zu sägen... So... Hier finde ich am leichtesten raus! So... Da hatten wir... Da hat er sich gerade einen echten vor dem Fenster festgepackt anscheinend... Ja, wollen wir dann mit den 5000 nochmal in den Spiegelraum gehen... Ehe mir jetzt der nächste nicht so schnell kommt... Ich meine, was man hat, hat man... Naja, ja, ja... Das Schwein ist... Warte, dann macht doch hier eine Sprengmine weg! Und nach dem Erfolg immer erstmal einmal in die Luft sprengen lassen... Wie viele haben wir? Ah, ich bin nur... Ich würde euch nicht sterben... Oh, jejeje... Ich muss auch nicht so spannend machen... So, die Kiste... Genau, die Kiste... Beim letzten Mal waren... Fünf Revolver... Fünf Revolver... So, das sind ja so viel Prozesse drin... Und das ist stark... Warte mal... Revolver... Da ist er... Nichts ist noch nicht nachgeladen... Ja... Sehr schön... ... dann nehmen wir da noch mit... So... denn die schwarze nachgeladen die ist nachgeladen ja schießt doch einfach mal zweimal warum na gut okay nur als kurz fest wie gut ist wie gut ist mehr ach so was ich dachte du machst es doch ich habe ja nicht auf was schießen kann können jetzt auch sein dass danach natürlich noch was anderes drin liegt da ich ganz sinnvoll oder deswegen die schuss waren in das 2 gegen das holz schwarz ja gar nicht was ist nicht gut finde ja ja die teilt auch ganz schön naja gut okay wir werden ja danach trotzdem einfach hier hier weg sein braucht man dann jetzt ja nicht genau so richtig zu sein na gut dann müssen wir zum türo ja sollen wir jetzt noch mal ein spiegelraum oder ich würde sagen wir später soll ich das worten dahin ja diese stadt steht ich weiß es nicht wie ich das nicht kann aber es gelingt mir ja da hinten muss nur einmal über das tote wie ich rüber was auch mal das ist kuh dreh pferd whatever so ja so weg ja warum müssen ich jetzt mit weil es ein wichtiger gegenstand und weg ist warum ist es hier zugegangen weil alles in dem spiel wieder zugeht kapitel 3 überlebt endlich hallo spiel sprechen ja ist so viel da oben muss es weg gehen kann na so ja sorry dass jetzt so viele folgen gedauert hat es war jetzt nur erstmal erstmal dass wir genannten spielmechaniken verstehen wie die ganzen viecher funktionieren und so es wird in zukunft um einiges besser rufen bestimmt jeden fall sondern dass wir uns überragenden skills im kampf in meinen super stealth kills manchmal ist wegrennen die beste strategie ja übrigens ist das schwert 8 womit mit recht ja wir sagen es nur kriegen wir gerade so ein wo wir von einem ketten sägen oder verfolgt wurde ja aber das war ja nicht gut ich oder nur klatsch klatsch ach jetzt wollte er auch nicht dass es dort so das hospiz ja leslie wurde hier vor jahren behandelt er kam her weil er diesen ort für vertraut und sicher hielt sie wissen wo wir sind dort liegt das hospiz meines bruders er nimmt uns sicher auf das beantwortet nicht meine frage ehrlich ich weiß es nicht ich weiß nur dass ich gerade meinen verstand verliere und sie nur eine einbildung sind ich glaube ich habe noch einen kleinen punkten anstand und daher die pflicht meinen patienten zu schützen als mann des gesetzes gilt das auch für sie hoffentlich ist sein bruder nicht genauso ein arschloch also sein folgen sollte motto hey dein bruder doch doch wir wollen uns umgucken lassen sie uns jetzt kommt gleich mission gescheitert weil wir den doktor verloren haben oder irgendwie so ach er folgt uns jetzt noch okay läuft erst voraus und kommt dann wieder zurück ja ja da hat sich was bewegt oh ach oh 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 ich wollte nämlich gerade noch anmerken was die zombies von snipern aber nicht über ähm ich darf uns doch noch links gucken links links guten tag der herr hallo dickerchen ich glaube du kannst aber dann zu meinem kopf stehen ist das tot sein oder ähhhhh mal du dickerchen da ist jo jo was hast du schön in den kopf in den kopf in den kopf in den kopf das geht wieder gut los platsch das geht wieder gut los ich glaube er ist tot ja wir müssen uns natürlich erst noch zwei tagen wo nicht gespielt haben wir ein spiel ja vorher sah es bedeutend besser aus ja ja meister schützen ok also wir können welche rumstehen das ist natürlich eine info auch das im karten kann moment fünf sehr schön da haben wir noch neue revolver money und noch eine truhe dann langsam ah ja wie war das dann nochmal langsam öffnen und dann kann ich voll entschärfen irgendwie so anscheinend nicht wie war denn das das war doch eigentlich nur langsam öffnen und wieder zu machen oder ja aber das hat gut geklappt auch zum glück durch die explosion wohnt die granate nicht gezündet wir müssen los ja doktor wissen wir langsam öffnen und ich glaube da muss vielleicht noch mal von der küste weg und dann kann man von außen nochmal ja weiß es nicht scheiße das ist schon mal schlecht dass wir das nicht mehr wissen das war das jetzt nur einmal notwendig wir hatten genug mit dem dicki zu tun so ich bleib dann mal bei der hapune ja ja links rechts genug hier zu erkunden ich glaube das da müssen wir rein da müssen wir glaube ich hin also als wir x gedrückt gehalten haben hat es da gezeigt das sind mit dem häuschen da ist auf jeden fall super hart was ist wirklich bringt diese heuballen anzuzünden ob man wirklich damit die anderen wieder hinlocken kann ja ja ich glaube der kamerawinker hat den schrecken moment gerade etwas oh slime 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 hat den schrecken moment gerade etwas äh zerstört möglich ganz sehr gut du hast die pfanne weggeschleudert und slime na dann eine brennende frau brennende schreiende frau kam aus rausgerannt das kann nur bedeuten dass dieses haus jetzt sicher ist nicht wahr der dr vielleicht auch ein bisschen das war das noch streichelt aber wir können noch eins mitnehmen aber hier schön mit dann steht eine flasche rum eine flasche rum wir haben keine Zeit zu verlieren ja ist ja gut doktor mach die kisten kaputt urteile bis heute wie ich finde einer der besten gags von game one bei risen 3 ihrer risen 3 folge ja ähm äh wie sie dann auf die ideen gekommen sind und die spielwelt erbaut haben und so irgendwann saß da ich erinnert gesagt tja wir haben einfach mal ein bisschen rum probiert die tür geht wieder automatisch zu ein sehr modernes dörfchen also alles mit automatischen türen schließern und so ja handy fände ich gut ja ich hab mal verstärkung holen oder so so da hinten ist dann wohl das ziel wo wir dann da raus müssen ein schickes törchen weil ich hab das gefühl der bruder wird bestimmt nicht so nett zu uns sein wenn er denn überhaupt noch lebt wenn er denn noch lebe okay hier ist licht da kann man wahrscheinlich nichts machen wenn wir noch trotzdem mal ganz nah ran gehen irgendwas anklicken ne 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 n ne 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 ich bin jetzt noch ein bisschen extra vorsichtig ja ist ein guter weil weil nämlich durch das geschrei das neue gerade freunde alarmiert worden sein das heißt dass hier reingegangen das gebäude also für uns andere ans angucken er wollte er erst zum bruder jetzt ist ja die frage ob man ob man nicht sehen den bruder was spielen kann jetzt einfach nur sachen entgegen lassen jetzt gerade weil wir reingehen er feststellen bruder tod ja wir müssen auf jeden fall hier noch lange gehen dass man sagen würde ich sagen so offenbar ist ja hier sonst erst mal nix na oder wegen erst zulässig ja aber naja dann sagen wir uns würden uns helfen und das schluss gebären ich weiße flasche gegen weil aber denkt dann würde da reingehen und spieler und dann tagebuch von sebastian castellanos nö ja jura myra wahrscheinlich was myra myra wurde heute nachmittag fast getötet wir haben einen verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen gott sei dank war ich in der nähe sie kommt schon wieder auf die beine das war unerträglich sie zu bluten sie so blut zu sehen und das gefühl zu haben sie zu verlieren ohne ihr sagen zu können was ich für sie empfinde ich glaube sie fühlt dasselbe das ist etwas zwischen uns so viel steht fest das verstößt gegen den verhaltenskodex aber ich muss sie wissen lassen weil ich will sie fühle ich hoffe nur dass ich mich nicht lächerlich machen ja wir werfen diese axt hier hin da war also mal eine junge frau in unserem leben die mal war zu wissen dass jungen war ich denke mal sie war in dem selben alter wie der kristallianos so jung aus einmal schießt das samt nähe die ist ich will auch wieder doch so gesagt so die die heilensfosen machten sie ist Prozent Prozent dann nehmen wir noch kurz auf oder an der hallo ist an ja was wo sind wir da oben hallo es war nur eben noch da habe ich schon noch von hinter uns Prozent 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 das Vertrauen ist schlagartig weg Nelly die Prozent wieder da wo sie immer in sie will glaube ich irgendwo hin glaubt du kannst die Waffe ich muss sagen diese Passagen machen mir mehr Angst als das eigentliche Spiel bisher Ako mal gegangen wo wir sonst immer herkommt da steht sie steht sie vor dem Spiel das sieht mich ja jetzt schon an der Türen offen das war uns im Raum was jetzt da steht da liegt also die Kerze ne ein Kaffee okay da war schon ab und das erste auch das erste nein 6 das war das nächste war sehr gut dass du es auch gefunden hast Näh Nürnberg 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 nicht so lang Soll ich erstmal speichern gehen? Ich wette es geht jetzt nicht. Ihr merkt schon, das ist eher der Horror, der mich tickt, als dieses einfach Splitter und alles. Wahrscheinlich können es gar nicht upgrade sein. Wir können speichern. Wir können uns upgrade, können wir in den anderen Raum? Ich glaube nicht, der ging mal mal offen. Ne, ne, aber auch schon. Dann greben wir uns erstmal ab. War nie so alles schwarz sein. Ja, also nicht so krass. Das war aber schon dieser... Ja, so ein bisschen, aber nicht so heftig. Ha. Ich würde da sogar einmal mal eine Sprintdauer bitte anwöhlen. Eine Sekunde mehr oder weniger zahlt sich schon aus. Yeah, wir können springen. Ja, für alles andere war kein Geld außer für Nahkampfschal. Aber das finde ich jetzt nicht so... Erstmal nicht so wichtig. So, Revolver. Ja. So, hier. Ja. Ja, mitnehmen. Hm, schade ist so teuer als die Bolzen finde ich ja. Komm, man, da sind wir schon auf der Maximalstufe. Ja. Ja. Vier Stück haben wir zum Arsenal haben. Und die Spritzen. So, wir müssen jetzt am häufigsten. Mal upgraden. 10% mehr Schaden. Ja, könnte man machen. Oder wir sparen hier auch Spitzen oder mehr Leben. Am Moment hauen sie ja eigentlich noch gut rein, oder? Naja, noch sind sie eigentlich in Ordnung. Ja, dann sparen wir den Rest. Na gut, okay. Dann mal auf. Oh Gott. So, eigentlich dachte ich, wir grade ist noch kurz ab und dann ist gut, aber das müssen wir natürlich jetzt noch in der Folge erkunden. Ich glaube, ich kann auch nicht schneller laufen. Hier steht keiner. Es ist einfach... Oh, war mal hinter dir. Weiter, weiter rechts, da rechts. Da ist ja was dran. Ah. Vermisst Doktor Valero Jimenez, Eigentümer des Hospizes in Elk River. Zuletzt wurde er auf einer Fahrt in die Stadt gesehen. Das ist sein Bruder. Ja, aber guck mal, der Typ, den wir bekämpft haben, war auch ziemlich dick. Ich glaub nicht, dass es der war. Guck mal, ist da noch eine Zeitung da drauf? Erfreut. Missing Patient Found. Vermisst der Patient gefunden. Treue äußerst besorgt. Der seit vergangenen Dienstag komischte Psychiatrie-Patient hatte sich in einem Fotostudio versteckt. Arzt Valero Jimenez überzeugte... Überzeugt. Es war Gottes Wille. Okay. Sicher hat er gesagt, es war Gottes Wille? Das ist nie gut. Wer sagt denn das? Na, irgendeiner hier drin. Wäre natürlich schön, wenn man ihn sieht. Ja, oder es ist sozusagen das Haus, was zu uns spricht. Die Anstalt selber. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ich sag, sie ist jetzt super freundlich einfach. Nein, nein, es kommt jetzt gleich irgendwie so. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Guck mal, sie hat da jetzt was in seinem Auge. Äh, so eine Tür ist aufgegangen. Lass mich los, lass mich los. Oh Gott. Ich hab gesagt, sie gehen noch auf. Wer ist denn? Ja, guck mal, wir hören sozusagen die Erinnerung. Was zum... Leslie? Das ist unser Licht. Das ist unser Licht. Le-Kurt! G-Gurt! Boah! Leslie! Ja, dreh dich jetzt um. Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Wie jetzt? Hä? Okay. Also wir haben auf jeden Fall, hat uns das gesagt, hier wurde irgendwas, weil sie sich so um Leslie sorgen. Toll behandelt wurde er offenbar nicht? Nicht wirklich. Hast du dieses Muttermahn am Auge? Nein. Oh, hat sie nicht. Hat sie nicht. Ah, okay. Ich muss sagen, ich habe fest davon überzeugt, dass gleich irgendwas so in einen Gegend springt oder irgendwie so. Ja, man muss sagen, also wir haben ja beide erwartet, dass es eher so in die Dauer-Terror-Richtung wie Dead Space oder so geht. Man muss sagen, das Spiel hat auch erstaunlich viele sehr atmosphärische Szenen. Es ist eigentlich bis jetzt größtenteils Psycho. Die eher so auf Angst durch Ruhe. So, ich tue es wieder zu. Ja, okay. Ja, gut, okay. Okay, dann wird sie warm und beim nächsten Mal weiter das nette Dörfchen der Erkunden. Ja, mal gucken, ob wir den Bruder, den Chimenez, finden. Sie hat dieses Zeichen nicht im Auge. War wahrscheinlich nicht mehr Muttermal, sondern wo ich die Zeichen, was auch schon ansonsten hier in der Klinik ist, ne? Was hat sie mit der Aussicht? Für mich saß eher aus, als ob die Haut da weg ist, wie bei dem Typ, der sich verwandelt hat. Oh, ja. Okay, ja, das ist spannend. Kann auch wirklich sein, dass es mehr oder weniger ist, dass das wirklich unser Verstand ist und dass sie unseren Verstand darstellt. Ja. Da verzieht er das Gesicht. Ja, das sehen wir nach. Und genau wie er verziehen wir das Gesicht und sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Gauton. Also, Ramen. Ciao. 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 Vielen Dank.